Okay, dann müssen wir das halt nochmal machen. Ich weiß, wir müssen den Dorn bewohnen und helfen. Weiß ich, machen wir auch, soweit wir hier durchgekommen sind, Violet. Ja. Der Ball hat ins Leere, lass ja seine Leere sein. Also, eins. Also, es funktioniert eigentlich. Man muss sich nur in dem Spiel hier saumäßig konzentrieren. Ne? So. Sagte der Architekt. So, komm, jetzt gehen wir wieder da hin. Genau, so wollte ich das haben. Warte, Violet. Das muss doch nicht sein. Ey, das gibt es doch nicht. Ey, du kannst die Leute, ey, du kannst die Leichen nicht mal wegbringen, ohne erwischt zu werden. Das gibt's doch nicht. Nein. Och, ich schweige gehabt. Mist, wir sind hier nicht unsichtbar. Ich glaub, da kommen sie. Ah? Ach, du gehst wieder, okay. So, was mit dir? Ja. Komm, das hat keinen Sinn. Das war für mich. Der kommt auch hier. Den haben wir auch. So. Alter, verpiss dich. Ja. Ja gut, ich würd sagen, die brühen wir noch alle da in die Ecke. Ich glaub, ich muss ja keiner finden. Du kannst, ey, ohne Witz, ne, dass du nicht mal wirklich die Leichen wegtragen kannst. Das gibt's doch einfach nicht, ohne gesehen zu werden. Weil, äh, du kannst gar nicht so schnell machen. Vor allem, wir waren doch im Dunkeln, oder nicht? Ja, teilweise haben die halt die unsichtbaren Rundgebrillen an. Da könnt ihr einfach alles mal sehen. So. Jetzt haben wir sie ja alle aus dem Weg geronten. Jetzt müssen wir da vorne ja eigentlich problemlos durchkommen, ne? Mal gucken. Oh, ich hör nur noch, ich hör nur noch jemanden. Oder auch nicht. So. Was ist denn? Ah, okay. Also müssen wir zur Kirche. Och. Alter. Ey. Ich war doch im Schatten, Mann. Ja, ja, ja. Flammenwerfer Heinz, du. Ey, wir waren doch... Ey, nee. Müssen wir schon wieder von hier... Ach, scheiße. Ach, das gibt's doch nicht. So ein Mist. Okay. So, haben wir gerade. Erstmal in den Ecken, Hannes. So. Zack. Du kommst wieder hier hin. Aber diesmal versteck ich die nicht alle. Das dauert einfach zu lange. Ey, das... Das darf doch nicht wahr sein. Wir waren doch im Dunkeln. Ey, da willst du mich verkackereiern. So, die werden jetzt eh wieder kommen, ne? Na, komm her, du Schlingel. Ja, und den noch mal. Wo ist der andere? Ach, da bist du. So. Ah, da kommt da noch ein dritter bestimmt, ne? Ja, wo ist die... Ach, unten noch ein vierter. So, jetzt haben wir gleich volles Haus hier. Zack. Zack. Okay, home. Oh. Gut, haben wir sie jetzt alle? Oder kommt da noch mehr? Können wir mal die Knarre wegstecken. So. So. Körper aufnehmen, ja. Körper aufnehmen. So, ich denke mal, jetzt können wir da durch. Jetzt müssen wir nur wieder auf den Flammenwerfer, Heinz. Acht geben, ne? Jo. Die Leute sind also in der Kirche. Gut. Dann können wir sie ja da befreien. So, jetzt aufpassen. Da kommt er wieder angerannt. Und dahinter kommt der Flammenwerfer, Heinz, ne? Der reckt über seine Birne drüber, ey. Krass. Oh, oh. Der kommt hier hinten. Scheiße. Ich habe mich schon gar gefragt, wo du bist. Hast es ja mehr oder weniger selbst beantwortet. Komm, was machst du da? Schlägst du da... Hä? Wo kommt denn der immer so angerannt? Schlägst du da Wurzeln oder was? Komm, ich sehe doch, ich soll es so schnell... Nein! 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 Ach, verdammt. Ich sage noch, hoffentlich sieht der uns nicht. Scheiße. Habe ich bloß gewartet. Miss. Ach, wieder von hier, ey. Wieder diese Dolchköppe hier, ey. Man kennt ja irgendwann seine Pappen einmal, ne? Komm. Du Ecken, Hannes. Geh da rein. Genau. So. Kommst du hier in die Ecke. Und wenn ich ganz viel Glück habe, sehen mich jetzt deine Kollegen gleich nicht. So, komm. Den lassen wir erst mal ziehen. Weil der sieht uns sonst. So. Jetzt warten wir erst mal hier. Ich weiß, sagte Doktor, Professor, Med, Architekt. So, du gehst wieder da hin. Perfekt. Schnell, schnell, schnell. Alter. Alter. Violet. Krass, ey. Wie die manchmal abgeht, ey. So. Ey, das gibt es nicht. Das ist nicht wahr. Das gibt es nicht. Nein. Das kann doch nicht sein. Ohne Witz. Ich habe den doch nicht mal weggebracht. Ey, das ist doch nicht wahr. Na, komm mal her. Ich habe mich ja eh schon gesehen, wo ich hinlaufe. Na, komm mal her. So, eins. Zwei. So. Kommt da noch wer? Bestimmt, ne? Jo, hach. Wusste ich doch. Wenn du mich gesehen hast im Dunkeln, kapiere ich zwar nicht, aber egal. So. So. Jetzt haben wir sie wieder alle. Ohne Witz, dass er dieser Flammenwerfer einsehen. Ah, jetzt kalt. Als erstes. Ich weiß, die Tür ist abgeriegelt. Ja. Hier, wir haben ihn nur hier versteckt, aber der hat uns gesehen. Das gibt es nicht. So. Wieder über seinen Kopf drüber, ey. Hammer, echt. So, komm. Jetzt hau ab. Sehr gut. So, jetzt holen wir uns direkt den anderen. Nein, jetzt ist er weg. Mist. Ach, da kommt er. Sehr gut. So, schnell. So, direkt mitnehmen den Typen. So, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Oh, du kommst hier in die Ecke. Da findet er dich eh nicht. So. Und jetzt kümmern wir uns um ihn. Na, aber jetzt kommt er wieder an oder bleibt er da stehen? Das wäre eigentlich ein bisschen zu riskant. Ich warte lieber, bis er hier hochkommt. Okay, da kommt er auch schon. Bestens. So, da bist du ja. Ich geh heute zurück. Genau. So, jetzt schleifen wir uns langsam hinter ihm hier und dann müsste man auch kriegen. Weil der bleibt ja jetzt auch lange da stehen. Ist da einer? Nee. Okay, schnell. Schnell, schnell, schnell. So. So, jetzt kannst du direkt mitkommen. Darfst du deinem Kollegen jetzt Gesellschaft leisten. Endlich haben wir das hier mal geschafft, ey. Ich sag ja, hier muss man sich echt super konzentrieren. So. Ja, Zeichen setzen, ne, was auch immer. So, das haben wir. Das Medikit. Aber das ist die erste Tür, die wir jetzt mal öffnen konnten. So, da kommen wir nicht lang. Ich denke mal, wir müssen wieder da lang. Alter, wie hier überall die Leichen liegen, ey. Oh. Ach, doch nicht. Ja, durchs Feuer können wir aber nicht, ne? Dann geht's bestimmt hier. Ja, du sagst es. Diese verdammten Schweine. Okay, da ist keiner drin. Ist klar. Oh, Gott sei Dank wird der Spielstand mal gespeichert. So, was erwartet uns denn jetzt hier Schönes? Ja, ist klar. Oh. 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 Drei. Da steht noch einer. Vier. Alter. Die laufen auch alle bestimmt rum gleich, ne? Okay, der General, der geht nur bis da vorne hin. Bis zum Sunny-Auto. Oder was das sein soll. So, was machst du jetzt? Oh, was? Alter. Scheiße. So, du kommst zu uns hin. Okay. Okay. Oh. Alter, das gibt es doch nicht. Ach, Alter. Da will man sich einen Überblick verschaffen und schon sitzt man in der Scheiße. Ne? Ach, das gibt's doch einfach nicht. Das kannst du vergessen. Oh, 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 oh. Ich bin der kleine Hans aus deiner Hose. Oh, 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 oh. Miststück. Ja, 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 ja. Ja, wie soll man das denn jetzt wieder machen da, ey? Hast du eben schon mal gesagt. Mist. Kriegen wir die denn jetzt? Also, ich glaube, wir kommen um ein Gefecht dich rum, also mit den Schusswaffen, weil das ist einfach zu euphorisch gedacht, die Stealthigkeit zu machen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir erst einen anlocken oder sollen wir einfach direkt losballern? Ach, da kommen zwei. So, der General bleibt stehen da hinten, der General, und der kommt jetzt bis hierhin, ne? Okay, jetzt kann ich ihn auch nicht kalt machen, weil der guckt. Ach doch. Schön. Oh, so. Das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Alter! Boah, schnell hier rein. Klar. Woher habe ich das wieder gewusst? Oh, komm, nochmal laden. Alter. Das kann doch nicht sein. Ich bin einer. Ja. Vielen Dank.